Musik 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 Hallo AnalypnJfans Ich bin Jack81200 Und neben mir sitzt mein Kollege Sag halt was Hallo Hallo Und heute gibt's Pizza Nein, wir spielen heute das Spiel Pizza Delivery Version 0.2 Die Version 0.1 haben wir ja schon gemacht Und die Version ist doch etwas anders Viel anders Ja, außerdem spielen wir das jetzt auf dem Laptop Ja, weil nämlich der Rechenbauer sein Mikrofon irgendwas damit gemacht hat, keine Ahnung Warum? Es funktioniert einfach nicht mehr Genau Egal Jetzt kommen wir Also es fand eigentlich schon mal gleich aus Außer dass alles anders ausschaut Aber Bis jetzt ist ja noch alles Also So wie man es aus dem anderen Spiel auch kennt Ja, wer ist da? Pizza Service Pizza Delivery Oh, ich sehe das Gleiche Ich bin in einer Minute da Genau Genau So, wir sehen jetzt hier schon die Treppe Können hier aber noch nicht hoch gehen Genau Also die Grafik und so Wir haben schon mal angetestet Aber nicht weit Ja, weil wir Sondern dann haben wir uns den Spaß noch für das Display Aufgehobene Socken Genau Jetzt Also es kommt kein Michael Jackson mehr Oh, aber das Licht geht immer Achso ja Das Licht geht auch Ma'am Can you see Up there I have my phone I can see from It's light Okay Und wir haben irgend so eine komische Krankheit Äh Das kommt jetzt gleich Alkophobie 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 Das heißt man Hat Man kann die Dunkelheit nicht ausstehen Also man hat irgendeine komische Angst Und man bekommt Herzrasen Keine Ahnung Und das ist schlimm Und jetzt startet es auch Boah 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 Ja Das hat man im Im Bei 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 Version 0.1 auch gemerkt Dass der da mal so rumgewackelt ist Aber Da wusste man noch nicht Dass der sein Alchmedia-Disc ist Alchmedia-Disc Das hab ich noch gleich zu sehen Ich muss jetzt gehen I got to Aber ich seh nicht Also Ich geh zu Ich hab Es ist auf jeden Fall So jetzt hat's wieder aufgeklärt Jetzt haben wir die Kerze Und hier ist aber lockt So Ah Ah Wuhu Wuhu Scheiße Das war aber davor nicht da Alter Wuhu Das war davor nicht da Scheiße Das war davor nicht da Ah Und so weit haben wir auch schon gespielt Aber das war nicht da Mann Scheiße Das war nicht da Alter Scheiße Was Was Ruhe Ist das auf jeden Fall energiegeladen Ne Als das erste Als erste Teil Wieso war das vorhin nicht da Kein Ahnung Was Hallo Ah ich hab mich durchs Dach durchgebackt Sieht irgendwie so aus wie bei Nein Wasserfall Sieht so aus wie bei Slendytubbies Irgendwie Hm Wer hat Money vor der Pizza Ich hab jetzt mal das Bild hin Ah Handy Alter Ich hab hier jetzt einen Schock Das war ein Adrenalinsturz Mein Herz raus Das war vorhin nicht Ja ich war irgendwie auch gar nicht davor Pssst Hey diese Pizza ist ausgebrochen Ah Die Grafik ist echt besser muss ich sagen Na ja Warte Soll ich mal den Tonlauter machen Nein Nicht so laut Ich will den Tonlauter So Ah ok Das haben die Leute Ah Diesmal vibriert es nur Und es kommt kein schicker Operngesang Echt Kann man Eier sterben Ah Alter ich kann mich jetzt nicht mehr sicher fühlen Mami 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 Where are you Mami Is anyone to take off Mami Was hat sie denn gesagt? Ich hab das nicht genau verstanden Ich glaub irgendwie Ich glaub irgendwie Ah 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 What the Like a Stretchy piece of Pizza also wie so ein Wie so ein dehnbares Stück einer Pizza Ja der Käse der dehnt sich voll aus ey also Lang gezogen Lang gezogen Das wäre wie so ein dehnbares Stück Grafen Schmack 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 I can't take this anymore I just can't take this anymore I need to stop moving my heart, nothing's real It's all my bla 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 Nicht bewegen oder du wirst sterben Warte bis dein Herzschlag wieder Mama liebt Ah die Scheiße jetzt kommt, ah ja ich weiß was jetzt passiert und ich hab Angst Boah Oh das hat ja unseren Leib auch da Der Herzkocher Ja, Pocher, Oliver Pocher Ganz genau, Oliver Pocher Ja Ah ok Hallo Alles ist schwarz Punkt, Punkt, Punkt Punkt, 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 Punkt Ist es over? Ist es vorbei? Nein, es ist nie War das alles nur ein Albtraum? Oh, I need just a dream Bin ich immer noch in meinem Haus? In meinem Bett? Ah, jetzt sehe ich auch schon wieder was? Oh Gott, ich will nicht sehen Ich will nicht sehen Ich schon Ja, ich weiß Oh Gott, nein, nein, nicht wieder diese Scheißbewegung, das regt so auf Was? Was passiert? Warum passiert das? Ich denke, mir erinnert mich der bald echt an Slammin Also vorhin war da noch kein Sieg, vielleicht kommt jetzt nochmal so ein Gacki-Würstel Die Kerze ist aus, ich brauche Zimt-Hürstel Die Bilder sind ja mal creepy Creepypasta? Oh Gott, nein Oh Gott, nein Das dreckige piece of pizza ist in Europa Oh, ah, a baby Ein Püppchen Ein Püppchen Ein Püppchen, er sieht echt so aus wie ein Pupp, oder? I know what you are looking for Don't let him enslave you Das heißt, glaube ich, irgendwie so The one who listens for you The one who enslave my family Ah, 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 blablablabla, blablabla Oh, ey, da ist die winners, gut Ciao 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 Hallo !", aika, die, gute Nein, operate Seine Leute, ich kann nicht wissen, welche Die prepare-Rande Unruh 용 Ach ja,aaaa Oh nein, bitte nicht. Hübschen! Ich will nicht! Oh! Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Du willst schlafen? Ja, ich bin im Schrank. Ich mach jetzt mal nix. Wie kommt die Pizza hier rein? Worte! Oh, jetzt sind sie schon wieder in den Platz. Also, das haben wir vorher nicht gespielt, ab hier. Oh Gott! Follow the Pieces. Weil hier nicht das passiert, das sieht nicht aus. Schau mal, das ist so wie beim letzten Part, das ist jetzt vielleicht aufhört, oder? Das wäre nicht so. Also, die Pizza ist hier echt sehr gut animiert. Eigentlich genau so den letzten Teil. Also, das ist wirklich ein klarer Prüfpunkt. Also, die Grafik ist wirklich die andere, was sie eigentlich ist. Oh, komm! Nee, Ingi, die kannst du aber, wir haben noch nicht mal eine Leichte gesehen. Lass ich mir irgendwie... What the fuck?! Oh mein Gott! Was ist das?! Was?! Oh je, oh je. Ach du Scheiße! Oh! Das war alles ein Puppenspiel! Now we can all play together! Also, die, die, die komische Trosti da, die dritte Person von links, schaut am besten aus. Mann, ich bin bereit. Und das war's jetzt, oder? Gibt's noch Alternativlösungen? Kann man mal irgendwo noch woanders hin? Ja, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gut! 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 Vielen Dank.